Ganz sicher ist das unbestreitbare primäre Ziel aller Organismen, auch die des Menschen, der Zustand des Schlafes zum Beispiel in entspannter Reorganisation, in der er nur noch der eigenen Organlust gewärtig ist. Oder des Atmens, des Pneuma. Warum aber wird zumindest beim Menschen, der der terniären Struktur unterliegt, und dieses sich selbst ausreichende Genießen unterbrochen, einerseits weckt etwas auf, um aufzustehen, um die Ausscheidungs- oder Assimilationsvorgänge anzugehen, entsprechend den drei Ein- und Aussteig-Scheidungs-tubulären Systemen des Verdauungstraktes, der Ofenheizung des Pneuma und drittens der eucharontischen Fortzeugungssysteme mit ihren ebenfalls Ein- und Aussteigungs-Aktionen. Aber beim Menschen findet noch etwas anderes statt. Das All-in-je, die primäre oder die originäre Gewalt der Mutter nennt, das wiederholt wird. Denn bereits beim Tier muss das Kind mit der Außenwelt konfrontiert werden. Und das wird noch ein paar Wochen oder Monate begleitet, damit es die Techniken zum Überleben abschauen kann, bis es auf eigenen Beinen steht. Aber beim Menschen findet dieser Vorgang des Auswurfs und der kurzzeitigen Kleinkindbetreuung auf völlig andere Weise statt, da hier das Begehren ins Spiel kommt. Punkt, Punkt, Punkt.